Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Eurotrack Simulator 2. Ja, wir sind unterwegs mit unserem Volvo FH420. Springen wir mal rein. Und holen uns mal einen neuen Auftrag. Wobei ich kann mal gucken, ob es hier in direkter Nähe was gibt. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Das ginge nach Ungarn hoch. Da kriegen wir auch, da würden wir nach... Da waren wir schon. Da waren wir noch nicht in fünf Kirchen. Dann würde ich sagen, fahren wir nach Ungarn hoch. 1,36 Euro kriegen wir für den Auftrag. Wir können gerade mal ein paar externe Aufträge nochmal einen Blick riskieren. Was wir da haben. 1,92 Euro. Da würden wir nochmal ins Christmas Wunderland fahren. Aber das bringt natürlich richtig Geld. Hmm. Oder wir nehmen den hier. Für 1,60 Euro. Das wäre natürlich auch nicht verkehrt. Ich glaube, dann nehmen wir den. Christmas Wunderland will ich jetzt gerade nicht nochmal hin. Dann nehmen wir den da. Ich denke, da sind wir auch ganz gut mit dabei. Ich muss jetzt halt gerade gucken, dass wir Geld zusammen kriegen. Weil wir aktuell tatsächlich weniger verdienen, als wir an Kreditraten zahlen. Oh, da vorne ist der direkt. Sehr gut. Viel näher konnte er ja gar nicht sein. Oh, wir sind ein bisschen weit drüben. Kriegen wir aber auch in den Griff. So, unsere neueste Ladung. Sehr schön. Ja, würde ich sagen, liefern wir sie ab. Was haben wir eigentlich dabei? Ethan. Das ist, glaube ich, irgendein Gas, wenn ich mich nicht täusche. Wenn ich da nicht ganz falsch liege. Wo ist hier die Ausfahrt? Bin ich schon dran vorbeigefahren. Einfach, weil ich es kann. Da wäre sie gewesen. Da ist frei, da ist frei. Da ist frei. Und ja, ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein paar Folgen aufnehmen. Das ist rot. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein paar Folgen aufnehmen. Von dem her passt das auch. Daher, sehr gut. Wir müssen bald schlafen. Eine Stunde 44. Okay. Wir haben aber 18 Stunden Zeit. Easy. Kommt hier bald ein Rastplatz? Grün ist es. Grüner wird es nicht. Ein Rastplatz wäre schön. Ich habe ja gerade versucht, auch bei Rot abzubiegen. Aber wir sind hier ja nicht in Amerika unterwegs. sind hier in Osteuropa sozusagen. So, da ist eine Tankstelle. Aber das wäre nur eine reine Tankstelle. Kein Rast. Kein Rastpunkt. 60 dürfen wir hier sogar. Okay. Wäre das ein Rastpunkt, dann würde ich da jetzt noch hinfahren. Aber das ist wirklich nur Tanken. Wenn wir eins nicht müssen, dann ist das im Moment Tanken. Nehmen die Ausfahrt rechts. Das Symbol, da ist glaube ich eine Wiegestation. Wenn ich mich nicht irre. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Yep. So, müssen wir echt gucken, wo wir hier einen Rastplatz finden, ne? Äh, ich glaube da vorne kommt was. Ja, dann fahren wir da hin. Dann machen wir hier den kleinen Umweg. Bitte rechts halten. Nope. Also schon, ja, doch. Hier. Hier rechts fahren, wa? Nope. Okay, lass uns eine neue Route finden. Ich weiß, es gibt keine. Nein, tust du nicht. Es gibt keine. Wenn möglich, machen Sie eine Kehrtwende. Okay. Das interessiert mich jetzt. Neue Passage, aber es geht nur da hoch. Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Das ist keine gute Idee. Hm, hm, hm. Wo sind wir denn hier unterwegs? Das, ähm, sieht schon ein bisschen heikel aus. Wenn man das so sagen kann. Wir müssen bei so weh hier ein bisschen weiter rüber. Sonst rasieren wir mit unserem Auflieger die Mülltonne. Ja, ich fürchte, wir müssen den ganzen Rums auch wieder runter. Dass wir da vorne nachher nur irgendwo drehen können. Oder? Haben wir Glück und wir kommen hier auf der Straße wieder raus. Wir haben Glück. Oha. Das war eine nette Tour. War mal was anderes. Da kommt einer. Das liebe ich. Das liebe ich an dem DLC. Dass sie wirklich durchaus haarige Touren haben. Ja, ich will jetzt aber das Schlafen gehen. Hier müssen wir aber rüber. Ich will die Strecke jetzt nicht nochmal fahren. Okay, lass uns eine neue Route finden. Route neu berechnen. Die war schon heftig. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Das muss man schon sagen. Machen Sie eine Kehrtwende. Wo geht's da hin? Ach, da geht's auf das Firmengelände. Ja, okay. Da wollte ich nicht hin. Okay, lass uns eine neue Route finden. So. Jetzt aber. Wie viel Zeit haben wir noch? Stunde 25. Biege nach links ab. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier einen Rastplatz finden. Hier sollte einer sein. Heißt es. Ähm. 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 Das wurde mir hier als Rastplatz verkauft. Hm. Da wäre direkt einer gewesen. Na cool. Das ist gar kein Rastplatz. Das ist irgendwas anderes. Was ist das denn für ein Symbol? Arbeitsagentur? Das Symbol gibt es ja einfach gar nicht. Oder ich bin blind. Nö, das gibt es hier gar nicht. Okay. Da müssen wir noch weiterfahren. Da hinten haben wir erst den nächsten Rastplatz. Ach du dickes Ei. Da sieht es auch nicht besser aus. Da wäre auch noch einer gewesen. Das wäre halt einer, wenn ich das Gelände kaufe. Kann ich aber nicht kaufen. Ja, da müssen wir gucken, dass wir da hochfahren. Da wird es natürlich ordentlich Zeit verpulvert. Ach, das ist einfach AI Automotive. Das ist einfach der Firmenname. Okay. Mist. Aber schön, dass wir die Route entdeckt haben. Das ist schon mal schick. Also von dem her hat es sich schon auch gelohnt. Ja, ja, du wirst müde. Ah, kommt keiner. Okay. Sehr gut. Dann gucken wir mal, dass wir noch irgendwie rechtzeitig zu dem Rastplatz kommen. Für mein eigentliches Ziel war es kontraproduktiv. Sehr kontraproduktiv. Gucken wir mal, dass wir das aber trotzdem noch rechtzeitig schaffen. Jaja, du wirst müde, Carla. Ich weiß. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ein bisschen. Aber ich will auch nicht groß Strafe zahlen, ne? So, 75. Das dürfen wir. Oder 74. Da sagt die Polizei noch nichts. Weil wenn wir Strafe zahlen, dann lohnt es sich gar nicht mehr für uns. müssen wir echt gucken, dass wir halbwegs zeitennah dahin kommen, dass wir Rast machen können. Wo war das? Da oben dann, ne? Bei der Mautstation, glaube ich. Schon mal gut, dass da neben uns kein Polizeifahrzeug war. Sonst hätten wir jetzt nämlich schon gezahlt. Bei der nächsten Mautstation, da können wir, glaube ich... Sehr gut. Gebühr ist am Ende zu errichten. Ja, oder entrichten. Dann gucken wir mal, dass wir zum Ende kommen. Weil dort sollte eine Rastmöglichkeit sein. Eigentlich. Betonung liegt auf eigentlich. Passt auch ganz gut aus, dass es jetzt dunkel wird. Ne, wird gar nicht dunkel. Wir haben 13 Uhr. Burstekuchen, nix dunkel. Jaja, ich weiß. Danke für den Hinweis. Ich bin mir dessen bewusst, mein liebes Spiel. Bin mir dessen absolut bewusst. Aber, was soll ich machen? Da, da, da kommt ein Rast, da kommt ein Rastplatz. Hinter der Mautstation ist das an der Tankstelle. Okay. Die werden wir nutzen. Ja. Machen wir. Die Baustelle ist halt noch nicht fertiggestellt. Das dauert noch ein bisschen. Da kommt nix. Bald sind wir am Ziel, also am ersten Ziel. Und wenn die Nasenbären da vorne mal fahren, dann könnte ich auch fahren. Jep. Machen wir. Gleich haben wir es geschafft. Ich hoffe, dass wir noch durchkommen, ohne Strafe zahlen zu müssen. Wir haben null Minuten. Okay. Ich hoffe, dass wir es rechtzeitig schaffen. Okay. Okay. 14 Dollar Euro Maut bezahlt. Ja, ich muss. Vor mir fährt ja einer. Erster Aufenthalt in Zenitza. So, und hier können wir dann Rast machen. Da müsste hier... Ach, da ist auch einer. Ne, das hier ist einer. Hier rechts ist gar keiner, nur hier links. Routen neu berechnen. So. Parkplatz. Motor aus. Gute Nacht. Bevor wir hier nachher noch irgendwas zahlen müssen. 0.24. Ich glaube, noch mal Doppel Rast. Doppel Rast, genau. So, dann sind wir ne paar Tage unterwegs. Das ist besser. Mit der Fracht geht das ja. So. Druck fehlt. Tanken brauchen wir noch nicht. Ja, ist halt nicht mehr... Ist halt nicht im hundertprozentigen Zustand der LKW. Das merkt man dann halt schon. Ist halt ein Gebrauch da, ne? Wir haben jetzt fast 65.000 Kilometer gelaufen. Ich weiß gar nicht, irgendwas mit 60.000 haben wir, glaube ich, übernommen. Ich weiß aber gerade nicht, wie viel. Also, wie viel Kilometer wir schon gefahren haben. Aber was ich sehe, ist, die Zeit ist um. Deswegen sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.